Der aktive Lenkassistent unterstützt den Fahrer, wenn dieser die Hände am Lenkrad hat, durch moderate Lenkeingriffe in der Fahrspurmitte zu fahren. Der Assistent ist bis zu einer Geschwindigkeit von 210 kmh aktiv. Für die Auswertung nimmt der Assistent das Kamera- und Radarsystem zur Hilfe. Dieses orientiert sich an vorhandenen Fahrstreifenmarkierungen und in Abhängigkeit der gefahrenen Geschwindigkeit auch an vorausfahrenden und umgebenden Fahrzeugen sowie weiteren parallelen Strukturen. Der aktive Lenkassistent wird über das Multimedia-System ein- bzw. ausgeschaltet. Ist der Assistent aktiviert, erscheint ein Lenkrad-Symbol im Display. Für die unterstützenden aktiven Lenkeingriffe muss zusätzlich der aktive Abstandsassistent Distronic aktiviert werden. Das Symbol wechselt dann von Grau zu Grün. Der Assistent regelt das kontinuierliche Fahren in der Fahrspurmitte durch kleine Lenkeingriffe. Der Assistent ist nur ein Hilfsmittel und kann das Fahrzeug nicht dauerhaft in der Fahrspur halten. Aufgrund seines begrenzten Lenkmoments für Querführung ist ein manueller Eingriff des Fahrers z.B. bei Kreisverkehren oder Kreuzungen notwendig. Zudem kann er bei bestimmten Fahrbahn-, Witterungs- und Lichtverhältnissen beeinträchtigt sein. Daher ist stets eine aufmerksame Beobachtung des Verkehrsgeschehens erforderlich. Wenn das System eine Systemgrenze erreicht, der Fahrer längere Zeit nicht selbst lenkt oder die Hände vom Lenkrad nimmt, wird er situationsabhängig vom System zunächst optisch gewarnt. Wenn er weiterhin nicht selbst lenkt oder die Hände nicht am Lenkrad hat, ertönt zusätzlich zur optischen Warnmeldung wiederholt ein Warnton. Untertitelung des ZDF für funk, 2017